Hallo und willkommen zurück zu Bioshock! So, den Zeppelin haben wir hinter uns gelassen. Wir haben es geschafft, ihn zu entkommen. Und jetzt mal schauen, wohin müssen. Und zwar... Können wir hier nicht lang? Nein, wir müssen natürlich hier. Monument Island. So, erstmal gucken, ob wir noch irgendwas einkaufen müssen. So, Gesundheit haben wir voll, aber Salze können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und Munition natürlich. Ein Jahrmarkt der Sparsamkeit. So. Dann geht's los. Monument Tower, okay. Da ist es. Monument Island. Verdächtig ruhig hier. Finde das Mädchen. Oh. Jetzt wird's auf jeden Fall sehr spannend. Ich brauche es wissen, wieso man sie hier entsperrt. Das werden wir noch früh genug rausfinden, bestimmt. Close. Okay. Kommen wir hier nicht rein? Hm. Hallo? Kann mal jemand hier die Tür öffnen, bitte? Aha. Brauche ich nicht. Könnt ihr zulassen. Kein Problem. Wofür denn Türen? Tore oder sonst was? Danger. Oho. Ah, Geld. Einmal bitte aufheben. Sehr gut. Hm, hier hat's jemand richtig vom Stuhl gehauen, wa? Oho. Gasmaske. Voxofon. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja. Sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. In der Schreibmaschine ist Geldversteck, natürlich. Den Kaffee trinken wir auch. Was ist das? Ah, Silver Eagle, genau. Was ist das? Okay. Das scheint das Mädchen zu sein. Age. 17. Okay. Sie ist 17 Jahre alt. Also zumindest war das der letzte Stand. Oh, ein Rätsel. Super. Hebel betätigen. Einen Moment. Hier muss es doch bestimmt irgendwo irgendwelche Tipps dazu geben. Aha. Können wir hier vielleicht noch irgendwas übersehen? Na okay, dann probieren wir es einfach aus. Egal. Macht doch nichts. Da kann doch nichts passieren. Aha. Okay. Hm. Das ist alt, macht neu oder was? Auf jeden Fall fette Stromkabel. Okay. Was haben wir hier? Das sieht ja ganz schön interessant aus. Was hier wohl alles gemacht wurde. Verdammt, was machen die mit ihr? Das arme Männchen. Hä? Hä? Die Tür ist einfach nur zugegangen. Nein? Dann hören wir uns das mal an. Äh, Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Äh, letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherung nur für den Zip von allein. Ich kann nicht. Oh Gott. Oh, oh. Da passiert irgendwas, was? Ah! Hm. Okay. Was ist mit ihm passiert? Die beobachten sie. Machen wir mal lieber das Radio aus, damit wir unentdeckt bleiben. Aha, okay. Eine Filmkamera. Oh. Also hier ist irgendwas komisches passiert auf jeden Fall. Irgendjemand ist hier ausgeflippt. Weiß ich, war wahrscheinlich irgendein schlechter Film. Aha. Film ab. Ja, sehr interessant. Wir gehen aber weiter. Wir müssen sie erfinden. Unsafe, okay. Das hört sich nicht gut an. Boah, das sind Boxen. Ha. Yeah. Das wär's. Hier eine Party. Wir müssen diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elisabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Okay, dann wollen wir mal Testobjekt. Können wir hier beobachten. Hm, sie ist nicht da. Hier auch nicht. Dann gucken wir mal. Was ist das hier? Ein kleiner Raum. Da müssen wir hin. Okay. Oh, ich hab jetzt keine Waffe. Dann werden wir die wohl auch nicht gebrauchen. Das ist ja ein ganz schöner Bunker hier. Die scheinen sie in sich zu haben, die Kleine. Nicht ungefährlich, wa? Es ist sie. Gleich sie. Sie kann uns nicht sehen. Okay. Das scheint ihr Spiegel zu sein. Okay. Aha. So wie es aussieht, liebt sie Paris. Okay, wir müssen hinterher. Esszimmer. Sie ist im Esszimmer los. Ganz schnell. Los, Tür zu. Tür auf. Komm, komm, komm. Da ist sie ja. Also Paris hat sie wirklich angetan. Schöne Zeichnung. Sehr schön. Okay. Das ist krass. Sie ist, oh wow. Oh, krass. Okay, da geht's nicht lang. Gehen wir mal in die Tasche höher. Na, geht ja auch nicht anders. Dieser Job wird immer mieser. Ja, vor allem, wie kriegen wir die denn da raus? Hallo, kannst du mich hören? Ich komme und rette dich. In der Bibliothek. In der Bibliothek, okay. Ja. Oh, was ist das? Balkon. Einige Scheiße. Okay, ich schaff das. Ach, die wohnt hier in der Statue. Sehr schick. Ja, dann willkommen. Wo sind denn all die Leute? Hier müssten doch eigentlich viele, viele Leute sein. Wow, wow. Oh Gott. Äh, hallo. Höh. Ey. Hey, hau, Schluss jetzt. Au. Willst du wohl aufhören? Hörst du jetzt auf? Ich tue dir doch nichts. Wer sind sie? Mein Name ist der Wit. Ich bin dein Freund. Ich soll dich hier raus holen. Gehen Sie weg! Sind sie echt? Ziemlich echt sogar. Ein Schlüssel. So, wir sind weg, ne? Achtung. Ein Schritt zurück. So kommen wir raus. Aber ich nicht. Hallo? Entkomme mit Elisabeth. Okay. Äh. Ja, komm, mach. Ja, komm, mach. Auf hinterher. Ja, ja, ich komm. Wow. Das wird sich zeigen. Wow, wow, wow. Wir schaffen das schon. Wer sind sie? Was wollen sie hier? Du stellst aber viele Fragen dafür, dass ich dich befreie. Warte doch. Bis wir hier draußen sind. Verdammt. Ja, 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 ich bei mich. Wow. Ach, du Scheiße, was ist das? Krass. Wow. Was ist? Hol den Aufzug. Drück den Knopf. Junge, Junge, Junge. Egal, was es ist, ist es auf jeden Fall groß. Wir haben mich beobachtet, die ganze Zeit. Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Keine Ahnung. Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Wow. Wow, 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 nimm das. Das bringt ja nicht viel. Tja, Fahrstuhl ist wohl nicht mehr. Und jetzt? Dann komm. Kommst du mit? Wo bist du? Okay, du bist nicht mehr da. Bist du runter? Ja. Okay. Irgendwie scheine ich ein bisschen verwirrt zu sein. Wo müssen wir lang? Ah, okay, nach oben. Aha, sag doch was. Ja, ja, ich beeile mich. Ich habe mich nicht vertan. Ich mache sie auf. Weg da. Oh, das. Das wird jetzt lustig. Wow. Scheibenkleister, verdammt. Tja, und jetzt? Oh. Huh. Yeah. Jetzt sind wir wieder unterwegs. Ach du. So, und jetzt? Irgendwo landen, oder was? Ich gebe mal Vollgas, wenn das geht. Los. Tja, deine Wohnung ist, äh... Naja, du kannst ja so lange bei mir bleiben, bis du eine neue bleibende hast, ne? Wow, 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 wow. Ah, okay, da ist Endstation. Oder auch nicht. Oder doch. Boah, da wird ja nicht mehr schwindelig. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Tja, unter Wasser kannst du wohl nicht so gut, wa? Ja. Ich öffne die Tür nicht. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat. Psycho! Ok, ich mach die Tür auf. Anah! Anah! Battleship Bay! Oh, ich sah einen Engel. Anna! Anna! Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, sie... Ich sagte, es geht schon. Ich... Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Genau, ich muss... Ich muss nur... Ok, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. Derritt. Geh dich ruhig vergnügen. Ich, äh... Leg mich noch was auf Ohr. Wo ist sie? Ok. Jetzt müssen wir sie schon wieder finden. Das gibt's doch nicht. Alles klar. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir kriegen sie schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.